Gerade bei USB-Ladegeräten bin ich ein großer Freund von Anker. Warum? Ich halte Anker einfach für einen sehr, sehr vertrauenswürdigen und zuverlässigen Hersteller. Anker hat zwar momentan bei Powerbanks ein paar Rückrufaktionen laufen, aber das sehe ich als eher positiven Aspekt an. Anker ist kein Hersteller, der einfach irgendwelche Probleme unter den Tisch kehrt, wie es sicherlich viele kleinere chinesische Hersteller machen, sondern wenn irgendwas mit seinen Produkten nicht stimmt, werden diese halt zurückgerufen. Und dies stärkt mein Vertrauen in Anker-Produkte durchaus ein gewisses Stück. Und gerade bei Ladegeräten ist halt eine hohe Qualität sehr, sehr wichtig. In diesem Video schauen wir uns das Anker 335 an. Das 335 ist ein Modell aus Ankers Basic-Serie. Wir haben hier aber ein 67-Watt-USB-Ladegerät mit drei Ports, zweimal USB-C, einmal USB-A, welches entsprechend ein, ja, auf den ersten Blick sehr, sehr universelles Ladegerät ist. Wollen wir uns diesem Video einfach mal ansehen, ob dieses auch ein gutes Ladegerät ist und wie dieses sich im Vergleich zum Anker 735 schlägt, welches auf den ersten Blick ja ein sehr, sehr ähnliches Ladegerät ist. Das Anker 335 und 735 sind auf den ersten Blick Schwestermodelle. Allerdings gehört das Anker 335, das symbolisiert die drei am Anfang, zur Ankers Basic-Serie, während das 735 zu Ankers, in Anführungszeichen, Premium-Serie gehört. Entsprechend haben wir auch gewisse Unterschiede hier bei diesen beiden Ladegeräten, auch was halt das Design angeht. So ist das 335 ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen einfacher gehalten. Wir haben diese Hochglanzfront, welche, ja, wie ich finde, durchaus schick aussieht, aber ansonsten ein, ja, komplettes Kunststoff-Ladegerät und nicht diese, ja, silbernen, metallischen Akzente, wie jetzt hier beim 735. Dabei haben wir hier ein, ja, nicht unbedingt super kompaktes Ladegerät. Für 67 Watt ist das Ladegerät jetzt hier definitiv nicht riesig oder schwer, aber es ist jetzt auch kein Winzling. Dabei haben wir zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Port. Prinzipiell bieten beide USB-C-Ports des Ladegerätes bis zu 65 Watt nach dem USB-Power-Delivery-Standard, während der USB-A-Port bis zu 22,5 Watt nach Supercharge beziehungsweise 18 Watt nach Quickcharge bietet. Was im Übrigen das Gleiche ist wie beim Anker 735. Und das Ganze können wir uns auch einmal in der Praxis ansehen. Ich habe hier einen sogenannten USB-Power-Delivery-Trigger. Dieser erlaubt es mir auszulesen, welche Leistungsstufen USB-C-Ports deinen Endgeräten anbieten. Und wir können hier mal schauen und wir haben hier das in Anführungszeichen gute zu erwartende Bild. So haben wir hier zunächst 5 Volt 3 Ampere, 9 Volt 3 Ampere, 12 Volt 3 Ampere, 15 Volt 3 Ampere und 20 Volt 3,35 Ampere. 20 mal 3,35 gleich 67. Hier haben wir also unsere 67 Watt Leistung. Prinzipiell bieten beide Ports hier die exakt gleichen Werte. Also wenn ich in den unteren Port gehe, wirst du sehen, er braucht kurz, um umzuschalten. Und da haben wir die exakt gleichen Werte. Wichtig dabei, dies natürlich nur, wenn du die Ports einzeln benutzt. Nutzt du an diesem Ladegerät mehrere Ports auf einmal, werden diese natürlich gedrosselt auf insgesamt maximal 67 Watt. Wie bei USB Power Delivery meist üblich, ist die Drosselung dabei statisch. Das heißt beispielsweise, wenn ich habe jetzt hier noch so ein kleines Triggerboard, wenn ich dies jetzt gleich einstecke, wirst du sehen, wie sich die Leistungsstufen hier bei Port 2 verändern. Warte, ich stecke jetzt ein und da sollte jetzt gleich was passieren. Ist es schon passiert? Ich muss mal selbst gucken. Es ist schon passiert. Du kannst sehen, jetzt haben wir im Maximum nur noch 20 Volt 1,1 Ampere, also 22 Watt. Wenn wir jetzt hier einmal tauschen, ich gehe in den primären Port und tue das Triggerboard in den sekundären Port. Zack, kannst du sehen, haben wir, kann man es schon sehen? Wir müssen selbst immer gucken. Ja, kann man sehen. 20 Volt 2,25 Ampere. Also nutzt du beispielsweise beide USB-C-Ports, haben wir hier eine Drosselung auf 45 plus 22 Watt. Und dies ist auch schon ein erster Unterschied zum Anker 735. Das 735 ist ein 65 Watt Ladegerät, hat also nur pro USB-C-Port maximal 65 Watt. 65 oder 67 Watt macht in der Praxis keinerlei Unterschied, ist völlig egal, genau wie 65 oder 60 Watt ist egal. Dieses Ladegerät hier, wenn du beide USB-C-Ports nutzt, drosselt nicht auf 45 plus 22 Watt, sondern auf 32 plus 30 Watt. Tatsächlich finde ich, wie das Anker 335 hier seine Drosselung durchführt, besser. 45 plus 22 Watt finde ich ist, ja, besser. Warum? Du hast hier also einen Port mit 45 Watt, der durchaus auch noch für Tablets und Notebooks gut ausreicht, während 22 Watt halt für Smartphones eine gute Leistung ist. Ein weiterer spannender Punkt, auf den wir zu sprechen kommen müssen, ist die sogenannte PPS-Stufe. Das sind da ganz unten, kann man sehen, Kamera fokussiert, diese 5 bis 11 Volt bei bis zu 5 Ampere. Was bedeutet das? PPS steht für Programmable Power Supply und bedeutet, dass innerhalb dieses Bereiches 5 bis 11 Volt, dieses Ladegerät hier eine beliebige Spannung, bei bis zu 5 Ampere ausgeben kann. Dies ist extrem wichtig, gerade für einige Samsung Galaxy Smartphones, welche ohne PPS signifikant langsamer laden. Dabei ist PPS völlig optional und auch unabhängig eigentlich von der Leistung der Ports. Prinzipiell ist das Ladegerät hier mit einer bis zu 5 Ampere PPS Stufe super für halt die Samsung Galaxy Smartphones optimiert, aber wir haben hier leider eine Maximalspannung von 11 Volt und das ist ein bisschen schade, weil gerade beispielsweise das Google Pixel 9 Pro und auch einige chinesische Smartphones von Xiaomi, Nothing und so weiter wollen gerne noch eine etwas höhere Spannung bis 20 beziehungsweise 21 Volt haben. Also das Ladegerät ist jetzt hier, ich würde sagen primär für beispielsweise die Apple iPhones und die Samsung Galaxy Modelle optimiert. Funktioniert aber natürlich mit den ganzen anderen Smartphones, Tablets und auch Notebooks problemlos, aber halt gegebenenfalls nicht immer mit dem vollen Tempo. Etwas, was ich auch bei allen Ladegeräten, die ich im Test habe, immer durchführe, ist ein Belastungstest. Hierbei schließe ich die Ladegeräte an eine sogenannte elektronische Last an und schaue einfach, ob diese über eine gewisse Zeit lang auch wirklich die volle beworbene Leistung liefern können. In diesem Fall jetzt hier 67 Watt. Du kannst sehen, wir sind jetzt hier auf 20 Volt. Ich bin jetzt auf 3,3 Ampere gegangen. Kann man es erkennen? Ich hoffe ja, also das Ladegerät liefert jetzt gerade plus minus die volle Leistung. Und so kann ich dieses Setup halt einige Stunden laufen lassen und dann einfach wiederkommen und gucken, läuft es immer noch? Hat sich das Ladegerät abgeschaltet? Ist das Ladegerät vielleicht sogar kaputt gegangen oder ähnliches? Und erfreulicherweise gibt es hier jetzt keine negativen Punkte. Das Ladegerät konnte bei mir diese volle Last von 67 Watt über einen längeren Zeitraum mehrere Stunden hinweg konstant liefern. Und auch die Hitzeentwicklung sah mit knapp über 60 Grad nicht kritisch oder problematisch aus. Super! Dieses Setup verwende ich dabei auch in Kombination noch mit einem Strommessgerät, um die Effizienz von Ladegeräten zu messen. Und ja, was konnte hier das Anker 335 erreichen? Ich kam auf eine Effizienz im Bereich 67,2 bis 91,7 Prozent. Die 67,2 bei sehr niedriger Last sind aus meiner Sicht ein bisschen niedrig. Also ich sehe gerne immer bei komplett immer über 80 Prozent. Ist aber jetzt auch für ein Ladegerät dieser Klasse nicht völlig unnormal. Während die 91,7 nach oben raus sind super. Also von daher effizienztechnisch würde ich sagen, ist das ein gutes bis sehr, sehr gutes Ladegerät. Natürlich teste ich dabei das Ladegerät halt nicht nur an einer elektronischen Last und an meinen Messgeräten hier, sondern auch an praktischen Smartphones. Und hier hatte ich ja keinerlei Probleme, auch was Dinge, größere Dinge angeht, wie beispielsweise ein Apple MacBook Pro M1 und solche Dinge, funktioniert man mit diesem Ladegerät wunderbar. Erneut, dieses Ladegerät ist aus meiner Sicht so ein bisschen auf die Samsung- und Apple-Nutzer ein wenig zugeschnitten. Google Pixel ist natürlich auch kein Problem, aber jetzt gerade das Pixel 9 Pro XL erreicht nicht zwingend. Die komplett volle Ladegeschwindigkeit und auch einige chinesische Smartphones laden hier nicht mit dem absolut maximal theoretisch möglichen Ladetempo, laden aber immer noch in der Regel sehr, sehr flott an diesem Ladegerät. Aber dennoch, wenn du jetzt ein Apple Smartphone, Apple Tablet, Apple Notebook hast, Samsung Smartphone, wunderbar geeignet für die komplette Modellserie durchgehend. Wie ich schon im Intro angedeutet habe, bietet Anker in der 65-67 Watt Leistungsklasse gleich zwei Ladegeräte mit drei Ports und einem sehr ähnlichen Design an. Das Anker 335, das wir jetzt im Test hatten, wie auch das Anker 735. Beide haben zwei USB-C-Ports, ein USB-A-Port. Das Anker 735 hat 65 Watt pro USB-C-Port. Das Anker 335 hat 67 Watt pro USB-C-Port. Preislich tun sich diese beiden Ladegeräte in der Regel auch nicht viel. Beide kosten so um die 40 Euro im Angebot, auch teils ein bisschen günstiger. Ich meine, ich habe jetzt für das Ladegerät hier nur 30 Euro gezahlt. Aber wir sind hier in einer sehr, sehr ähnlichen Klasse. Wo liegen die praktischen Unterschiede zwischen diesen beiden Ladegeräten? Ich glaube, es handelt sich hierbei mehr oder weniger um, ja, ich nenne es mal Schwester-Ladegeräte. Das sehen wir vor allen Dingen, wenn wir einen Blick auf die Effizienz werfen. Denn diese ist von beiden Ladegeräten ja fast deckungsgleich. Was mir sagt, dass die interne Elektronik sehr, sehr ähnlich ist. Auch verhalten sich beide Ladegeräte sehr ähnlich, haben beide die gleiche PPS-Stufe. Wo liegen aber die Unterschiede? Also, das Anker 735 hat spannenderweise keine 12-Volt-Spannungsstufe, das Anker 335 schon. Ansonsten haben wir, wie ich eben auch schon erzählt habe, die unterschiedliche Leistungsverteilung. Beispielsweise, wenn wir hier beide USB-C-Ports nutzen, haben wir 45 plus 22 Watt, hier 32 plus 30 Watt. Zudem ist allerdings das Anker 735 im Gegenzug einen Hauch kompakter und leichter. Beispielsweise wiegt das jetzt hier nur 141 Gramm, wenn das Anker 335 155 Gramm wiegt. Aber in der Praxis, ja, tun sich diese beiden Ladegeräte echt nicht viel. Kommen wir damit zum Fazit. Was gibt es jetzt abschließend zum Anker 335 zu sagen? Ich denke, das ist einfach ein super Ladegerät. Gerade wenn du halt im Apple- oder Samsung-Ökosystem unterwegs bist und halt ein kompaktes oder mittelkompaktes 3-Port-USB-Ladegerät suchst, mit einer Leistung so in der 60 Watt-Klasse, ist das hier in Anführungszeichen tadelloses Ladegerät. Wir haben die für Samsung wichtige große PPS-Stufe mit bis zu 5 Ampere. Wir haben eine solide Effizienz, eine gute Verarbeitungsqualität und auch technische Qualität. Und generell macht das Ladegerät einfach einen guten Eindruck. Auch der Preis, ja, so um die 29 bis 39 Euro, je nachdem, ob es gerade ein Angebot gibt oder nicht, ist auch ein absolut fairer Preis. Allerdings muss ich auch dazu sagen, schau dir mal das Anker 735 an. Gerade wenn du sagst, okay, ich möchte es ein bisschen leichter, ein bisschen kompakter noch haben. Beide Ladegeräte sind sie sehr, sehr ähnlich. Wobei ich technisch fast eher vom 335 überzeugt bin. Aufgrund der aus meiner Sicht etwas besseren Leistungsverteilung, wenn du mehrere Ports benutzt und halt der vorhandenen 12-Walt-Leistungsstufe. Also von daher technisch gefällt mir das Anker 335 tatsächlich besser als das 735. Das 735 gefällt mir vom Gehäuse besser. Musst du wissen, was dir davon wichtiger ist. So, ich hoffe, dieses kleine Video konnte dir weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.